Liebe Schüler, unsere wöchentliche Technikschiebung fangen wir ganz einfach an mit den Anfängern. Wir stellen ein Metronom auf Tempo 80, ein Viertel ist gleich wie 80, 80 Städte pro Minute. Wir müssen ein Schlag vom Metronom gleich ein Schlag auf den Trommel spielen. Eins, zwei, drei, vier. Im gleichen Ort, locker und mindestens 20 mal wieder, am besten eine Minute lang. Dann versuchen wir es zu beschleunigen. Also wie alle kleinen Schüler, bitte einfach dann versucht ihr 90 zum Beispiel, zwei, drei, vier. Und dann sagen wir ab, und das werden wir versuchen doppelt so schnell zu spielen. Ein Schlag von dem Metronom, zwei Schläge auf den Trommel, also Achtronom. Eins und zwei und drei und vier. Wenn es so einfach ist, machen wir die Sechze. Eins und zwei, drei und vier. Wenn es immer noch so einfach ist, dann wird es schneller. Eins, zwei, drei, ein. Zweite Übung von dem Blatt, Doppelschläge, zweimal rechts, zweimal links. Jetzt versuchen wir in Tempo 100, zuerst Viertel ist gleich. Viertel, also Einschlag vom Metronom ist Einschlag auf den Trommel. Eins, zwei, drei, vier. Da, versuchen wir jetzt mal so zu verschleunigen. Wenn es zu einfach ist, versuchen wir bis runter zu kommen und dann Achtronom. Eins und zwei und drei und vier. Drei Schläge, dreimal rechts, dreimal links. Zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Aufmachen, wir stellen den Metronom in drei Viertel. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und immer versuchen schneller und schneller. Dann, wie es so einfach ist, versuchen wir es in Achtelnoten zu spielen. Aber Metronom bleibt weiter in drei Vierteln. Eins und zwei und drei. Eins und zwei und drei. Und drei. Vier mal rechts, vier mal links. Drei, vier. Zu einfach. Mal wieder schneller. Zuerst. Genau. Zuerst. In der Viertel. In der Viertel. Zwei, drei, vier. Zuerst. 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 und das letzte letzte haben doppelparaditel doppelparaditel wir kennen sechs zählen am anfang 1 2 3 4 6